Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Let's Plays von Expeditions Rome. Wir sind in der letzten Folge stehen geblieben in der Gladiatorenschule und haben den guten Damianos versklavt und alles mitgenommen, was nicht nid- und nagelfest war. Was wir jetzt machen wollen, ist die Region Einos restlos befrieden, bevor wir uns dann dem unteren Bereich um Nikaya widmen. Und da müssen wir zuerst wieder etwas befrieden, und zwar diese Region hier, ein Bergdorf, in dem wohl eine Lage unterwegs ist, eine Krankheit, eine Seuche und... Ja, machen wir nicht lang rum. Lasst uns hingehen. Die alten Häuser eines kleinen Dorfs sind gefährlich nach dem Abgrund auf Klimmen erbaut, die sich die gesamte Flanke eines Bergs hinab... Wie das so ist, wir nehmen die guten Sühne raus mit. Macht dem am meisten Spaß. Sie dürfen wir nicht mitnehmen. Wir nehmen dich mit. Ihr seid alle in Arbeit. Deswegen, du bist auch abwesend, dann nehmen wir dich mit. Und damit hätten wir unsere Truppe komplett, um das Bergdorf, naja, auszuräuchern. Ist das richtig? Oder nett? Nun ja. Wir sehen einfach mal, wie das jetzt gleich läuft. Wir sehen auf jeden Fall hier schon mal eine vergiftete oder verseuchte Person. So, was hast du? Du hast Statuseffekte. Du bist vergiftet, du bist unausgebildet und bist fliehend. Na gut. Könnte ja von mir aus sein, ne? Das ist mir jetzt auch egal. Wir sind allvergiftet. Merz alle Feinde aus. Wer sind denn jetzt unsere Feinde? Sind das die Vergifteten? Also du bist definitiv ein Feind. Ihr seid böse Feinde. Sehr böse. Das sind Verbündete. Noch mehr Feinde. Ja, ein bisschen... Ein paar Feinde haben wir auf jeden Fall. So, ähm... Wir haben keinen Bogenschützen dabei. Deswegen, ähm... Ich muss dir gerade überlegen. Du kannst direkt eigentlich hier runterlaufen, oder? Süneros, ja. Und, äh... Wo kannst du eigentlich mitgehen? Also ich glaube, das passt eigentlich schon ganz gut. Und hier hinten sind auch Verbündete. Ja. Ich hätte gesagt, lass das mal so. Das passt schon ganz gut. So merkt es alle Feinde aus, ja. Und die Dorfbewohner sterben einfach so vor sich hin. Wenn wir... Ich hau ab! Und ich dachte, wir wären hier sicher. Bei Athena! Sie haben den Verstand. So halte sie doch jemand auf! So, jetzt bin ich verwirrt. Ja, natürlich bringen die sich gegenseitig um. Ähm, mit dir nicht. Wir gehen mit dir voran, ähm... Bezüglich dem Thema Rüstung zerfetzen. Der wird geschwächt auf den Gegner. Das ist gut, das machen wir. So, damit ist die Rüstung erstmal weg. Und jetzt können wir dich hier von hinten nochmal flankieren. So, das war jetzt ganz, ganz böse. So, wir gehen uns erstmal dahin. Und mit Syneros bewegen wir uns jetzt hier runter. Nein, nicht durchs Feuer. Nein, 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 nein. Also, du bist doch echt so ein Idiot. Was läuft der eigentlich nicht hier unten entlang? Ist das... Ist das nicht dein Ernst, oder? Ich würde etwas Hilfe zu schätzen wissen. Ja, End... Äh... Idiot. Das ist echt nicht sein Ernst, oder? Was? Hast ja echt das Gefühl, du hast es mit kompletten Idioten zu tun. Dann sollen wir hier schauen. Äh, prahlen. Wenn die nächste Attacke des Charakters einen Gegner tötet, der halte hier alle seine vermindelnden Erziehung. Oh, ja. Nun. Die Verbündete sind am Zug. Ach, da oben. Da sitzt ja auch noch jemand. Ah, die habe ich noch nicht gesehen. Ja, geh mal anzünden. So mache ich mir jetzt, wie gesagt, mal weniger Gedanken. Also gut, Leute, rein mit uns. Ach, komm, noch mehr. Ich glaube, hier wird man nachher gefühlte Stunde brauchen, um alles zu looten. So ungefähr. So muss man euch erst mal hier umnieten. So, der klettert hier runter, brennt. Aber nicht so ganz an der Leiter, sondern eher am Haus. So, und was macht der jetzt? Schießt noch da hinten. Okay. Kann man machen. Na, der ist aber... Ich werde mich gut um euch kümmern. Also, dich müssen wir auf jeden Fall niederringen. Okay, er flüchtet. Hallo? So. Jetzt kommen sie langsam überall rausgekrochen. Es sind doch einige Gegner, die wir hier haben. Und hier brennt alles. Nun. Was ich aufs Zusatzpunkt gekriegt, gibt, wenn wir die Zivilisten retten. Komm, ist... Und ich dachte, wir wären hier sicher. Bei Athena, Sie haben den Verstand verloren. Ja, hier hat jeder den Verstand verloren. So, trifft mehrere Ziele. Es trifft auch ihn. Das finde ich jetzt eher uncool. So, warte mal. Wenn wir das hier machen... Ja, da kriegt er vielleicht... Ja, er kriegt einen Schaden. Aber... Wenn wir das hier machen... Äh... Genau. Das war der Plan. So, ja. Das reicht nicht so ganz. Das reicht mal gar nicht. Nun, wen können wir hier zuerst kaputt machen? War zumindest ein Versuch. Das ist jetzt sehr blöd. Aber... Dich können wir ärgern. Zumindest hier hinten mal ein bisschen unterstützen. So, trifft mehrere Ziele. Das wird für euch jetzt eher ungemütlich. Ja, wenn wir einen guten Sühneros hier noch mal draufhauen. Hm, 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 hm. Rempeln. Nehmen wir mal das. Okay. Das war jetzt sehr interessant. Laufen wir hier hin. Ich will das hier hinschmeißen. Ne, können wir nicht, ne? Und mit dir können wir hier auch nichts weitermachen, ne? Ja, aktive Fertigkeit. Bewegt euch ein Hexfeld. Ja, hm. Das zieht keine Gelegenheitsangriffe auf sich. Ja, wirkt brahlend, ne? Machen wir einfach mal. Dürfte in der nächsten Runde ja passieren, dass er jemanden umbringt. Genau, tötet ihn einfach. Ja, schön fleißig draufhauen. Auf in den Kampf, Brüder! Mir nach! Gegnerisch dazu. Ja, da kommt einer. Haut hier drauf. Macht uns ein bisschen Schildschaden. Macht uns ein bisschen mehr Schaden. Folgt mir! So, die rennen jetzt hier hoch. Für ihn dürfte es ein bisschen, dürfte es jetzt ganz böse enden. Okay, Gott sei Dank. Null Schaden. Jetzt geht das große Vergiftungsglücksrad wieder los. Jeder darf mal. Hilfe! Wachen! Irgendwer! Das muss echt keiner verstehen. So, das wäre dann ihr Ende. So, ne, dann machen wir hier. Äh, wobei... Teufelsgehalten oder niedergeschlagen? Niedergeschlagen ist er nicht. Ne. Äh, wir bewegen uns ja... Was machen wir? Der kann sich jetzt hierhin bewegen, ohne dass wir einen Schaden... Ohne, dass wir Schaden nehmen. Das ist sehr gut. Und wir bewegen uns hier hoch. Wir kriegen jetzt ordentlich Moral dazu. Das ist sehr cool. So, mit euch können wir keine Angriffe mehr durchführen. Ne, da wollte ich jetzt eigentlich... Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber ist okay. Das ist schon passiert. So, jetzt kann ich hier leider Gottes niemanden mehr angreifen. Deswegen ziehen wir uns einfach nur nochmal zurück. Können wir nochmal mehrere Ziele... Dann sind zwei tot. Dann machen wir das hier nochmal. Dann ist das auch schon erledigt. Jetzt müssen wir mal schauen, wo ist denn hier noch jemand übrig? Ich glaube nämlich, hier unten ist gar keiner mehr übrig. Können wir uns mal hier hoch bewegen. Und den guten Syneros... Können wir eigentlich auch wieder hier hoch bewegen. Denn hier ist ja niemand mehr. Nein, 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 nein. Auch rennt er jetzt wieder durchs Feuer. Echt jetzt? Ich habe doch extra hier... Oh, der rennt jetzt ernsthaft. Okay. Es brennt nicht mehr. Wir haben Glück gehabt. Ich wollte euch schon gerade die Frage stellen, ob der gute Syneros mich wieder ver... Ah, ah. Ja. Lassen wir erstmal die Verbündeten. Werkeln. Okay, der ist fast zerschossen und jetzt gefühlt alles kaputt gemacht. Ich bin froh, dass ich mich nach hinten verzogen habe. Das wäre nämlich sonst ganz schön nach hinten losgegangen. Darf ja auch mal Glück haben. Folgt mir im Namen uns. Wartet. Ich nehme den langen Weg außen herum. Ja, ja. Lauf ruhig. Nun gut. Verbündelter Zug jetzt fertig. Jetzt kommt gleich der gegnerische Zug. Okay, vergiftet. Er verbrennt jetzt auch langsam. Sie ist auch noch der Meinung, dass sie uns hauen möchte. Er haut ganz schön... ...zu. Ja. Ja. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Ja, ähm... Ja, kannst du machen. Der Sieg ist zum Greifen nah. Nur noch einer. Okay, das war der Kopf. Das sah ja böse aus. So, Wuchtschaden. Wir können aber auch Liebschaden machen. Dann... Ja, genau. Haben wir ihn auch. Alle unverletzt. Schön. Ein Problem weniger. Und... Es ist alles gelöscht. Jetzt können wir hier fröhlich wieder looten. Und hier ist ja auch alles... ...bis oben hin voll. Es ist wirklich... Also... Was man wirklich nicht sagen kann, hier Autoloot oder irgendwie... Weiß ich nicht. Nach Ende der Runde hier einfach... Irgendwie, weiß ich nicht. Ähm... Keine Ahnung. Eine Art Belohnung bekommt. So wahllos. Ja, sie bekommen jetzt X von allem. Weil jetzt haben wir einfach den Punkt... Ähm... Jetzt schaut ihr euch das hier an. Und müsst mir hier zusehen, wie meine... ...Truppe hier... ...in einer Seelenruhe... ...auf irgendwelche Dächer hochsteigt. Schaut euch das doch einfach mal an. Muss ich hier in der Gegend rumeiern. Rückt sich wieder jemand. Sammelt wieder was auf. So. Haben wir das hier wieder gemacht. Jetzt können wir wieder hier runter rennen. Hier wieder anklicken. Eigentlich das hier wieder. Da war ein Schwert dabei. Schön. So. Hier ist jetzt auch nichts mehr. Dann können wir hier runter rennen. Schön langsam. Wenigstens mal... ...ein Problem mit irgendeiner Leiter... ...ein Rechen... ...ein Rechon. Können wir hier hinten noch hinrennen. Hier hat es ja auch noch Gegner, die... ...oder ich sage jetzt mal... ...Leichen, die man plündern kann. So. Jetzt haben wir das auch noch aufgenommen. Und jetzt die große Frage... ...war ist das? Ich glaube nämlich schon. Hoffe ich habe nichts vergessen. Schauen einfach nochmal. Aber... ...das passt schon. Mir wäre jetzt nicht aufgefallen, dass ich hier noch irgendeinen Punkt übersehen hätte. Und... ...damit haben wir jetzt alles. Wir haben den Sektor erobert. Das ist sehr schön. Gruppenverwaltung. Können wir einmal ins Inventar schauen. Was haben wir denn handwerks-technisch gefunden? Leinen und Spitzen. Das heißt, wir können wieder ein bisschen was herstellen. Wir haben ein Medaillon des Zeus 1 gefunden. Das ist natürlich dann... ...kritischer Schaden... ...ja, Schadens-technisch schon gar nicht so schlecht. Eine Heugabel. All möglichen Kruscht. Das muss man nett auszudrücken. Rüstungen, Helme in jeglichen Ausführungen. Die schauen wir uns dann nochmal ganz in Ruhe an. Jetzt hätte ich gesagt... ...schauen wir erstmal, was wir hier alles einnehmen können. Was ich in der Zwischenzeit noch gemacht habe von der letzten Folge... ...ist, ich habe ein bisschen was von unseren Rationen verkauft. Dafür gab es ganz gut Dinar. Bin in Dinar, habe ich unsere Armee etwas gepusht. Ihr seht es hier, wir haben jetzt eine Legionsstärke von 3952. Und damit... ...haben wir da schon ein bisschen mehr Power und können den Bauernhof hier einnehmen. Und das machen wir auch mal direkt. So, wir müssen ganz kurz warten. Ja, wir haben einen Bauernhof erhalten. Und hier drüben holen wir uns dann einfach den... So, jetzt haben wir uns die Rationen auch noch geholt. Räume vom Ruhestand. Ja, Cyberreisende. Okay. Okay. Ah, ja. Genau. Ich habe das jetzt einfach mal direkt übersprungen, weil ich da jetzt wirklich keine Lust drauf hatte. So, jetzt lasst uns doch einfach mal hier ganz kurz schauen, was wir hier alles noch einnehmen können. Beziehungsweise... So, hier müssen wir warten. Mysia, das ist dann wieder ein separates Thema. Hier oben. Schauen wir mal, was wir hier Schönes kriegen. Eine Anleitung. Siloi-Rüstung. Lanzenspitze und ein bisschen Geld. Und hier ist der Sektor nicht befriedet. Das heißt, das können wir so nicht einnehmen. Ja, dann müssen wir hier drüben Heraklea einnehmen. Da haben wir dann doch noch ein bisschen was zu tun. So, wir reisen einfach mal hier drum weiter und schauen uns das mal ganz kurz an. Sklavenhändler! Ah, ja. Ihr kommt auf der Straße an vielen Reisen vorbei. Von denen die meisten eure bewaffneten Truppen nicht weiter beachten. In einer Siedlung mit einem überraschend lebendigen Markt werdet ihr von einer Gruppe Händler, die Servi anbieten, eingekreist. Sie wirken nicht gerade freundlich. Ja, wir können sie ignorieren oder über Preise reden. Vielleicht mal so ein paar Sklaven. Nun, äh... 188 zu 1. Ne, das ist jetzt nicht so eins. So, kein Interesse. Genau. Da hier unten noch die Legio Prima Italica unterwegs ist, müssen wir uns hier keinen Kopf machen, was das Thema angeht. Und wir können hier einfach mal außen rumreisen und mal schauen. Ja, kann nur benachbarte Sektoren angreifen. Nico, Medea, das müssen wir uns aber auch noch unter den Nagel reißen. So, da ist ein Brunnen. Da machen wir mal kurz einen Abstecher hinter. Wir brauchen ein bisschen Wasser. Den Meilenstein machen wir uns ebenfalls drum. Das hier hinten ist ein Steinbruch. Das ist eine Segemühle. Das ist ein Jagdgrund. Wenn wir schon dabei sind, hier hinten ist noch ein Bauernhof. Wir sind auf World Domination Tour. Da erkunden wir alles. So, ein Olivenhain. Ja. Aber wir gehen einfach weiter. Wissen wir ja schon. Schön. Komparationen erhalten. Noch eine Anleitung. So, ihr seht ihr. Wir sind hier wirklich komplett auf Erkundung. So, ein neu entdeckter Ort. Legionen. Das ist Mission. Hier hinten haben wir dann Doryleon. Wir haben wirklich bald alles erkundet hier hinten. Aber, wo wir eigentlich hinwollen. Ähm. Ja. So. Ähm. Wobei, ich glaube, dass... Genau, wir finden einen anderen Weg. Weil sonst endet das nämlich gleich wieder in einem Kampf. Die Mine hier brauchen wir. Das hier brauchen wir. Und das kriegen wir hier. In Nikea. Und... Das werden wir uns jetzt mal direkt unter den Nagel reißen. So, ne. Sperrlager vom Pontus wollen wir nicht angreifen. Wir wollen das hier. Ja. Können wir hier noch hinlaufen. Können wir das hier noch mit. So. Lass uns mal ganz kurz warten. Bis der Angriff gleich erfolgt. So. Schlacht. Jetzt geht's los. Wir haben gute Erfolgsaussichten. Wir... Werden... Den... Guten... Guten Ostorius Libo den Angriff führen lassen. Jeder darf mal. Er ist wieder missgestimmt. Das ist wieder klar. Aber ich glaube, den werden wir sowieso bald rausschmeißen. Komodo Belitis Procedere. Und, äh, was ich eigentlich jetzt möchte, ist, äh, hier die feindliche Verteidigung, äh, minus 30 Prozent. Und feindliche Aggressivität erhöhen wir zwar ein bisschen, aber wir wollen die Verteidigung schwächen. So, das sieht gut aus. Ähm, die Armeemoral des Gegners ist, äh, bescheiden. Ähm, wenn wir uns verteilen, erhöhen wir unsere Spielerverteidigung, äh, verlieren aber ein bisschen Aggressivität. Ähm, wir könnten die gegnerische Mannstärke hier schwächen. Mit, äh, glaube ich, ein bisschen auf die Spielerverteidigung. Das ist in Ordnung. Haben wir verloren. So schön, die feindlichen Linien brechen zusammen. So, Plünderungsreichweite, Plünderung ist mir eigentlich gerade egal. Aber die gegnerische Moral noch ein bisschen zu schwächen. So, wir haben gewonnen. Das ist schön. Wir können uns jetzt noch ein bisschen Legionsmoral organisieren. Oder den Gegner. Ja, ich glaube, wir nehmen lieber mal. So, die haben sich zurückgezogen. Ist jetzt gerade auch alles relativ. Wichtig ist, wir haben die Region eingenommen. Was bedeutet, wir können jetzt alles, was wir hier haben, mal einnehmen. Dazu gehört auch der Jagdgrund. Ich muss jetzt einfach mal ganz kurz ein bisschen laufen lassen. So, Feinde rücken an. Die Frage ist, wo rücken sie an? Immer 200 Dinar. Ja, die Frage ist, wen schicken wir. Schicken dich. So, jetzt müssen wir mal selber kurz gucken, wo denn hier angegriffen wird. Hier wird angegriffen. Ja. Bin ich jetzt zwar nicht so scharf drauf, aber dann verlegen wir halt die Legion da hoch. Wollte nämlich eigentlich auch hier drüben alles einnehmen, aber dann ist es halt so. Müssen wir wohl erstmal die komplette Legion verlegen, lassen das einfach mal laufen. Und warten dann mal ab. Sollte ja gar kein Problem sein. Den Angriff von Einos gleich überstehen. In der Zwischenzeit mal ganz kurz hier schauen, was haben wir denn hier erbeutet. Die Sachen können wir erlernen. Fertigkeiten. Wer ist aufgestiegen? Du bist aufgestiegen. Ja, die machen wir dann auch mittlerweile mal zum Heiler. Und du bist auch noch aufgestiegen. Das können wir dann demnächst machen. So. Er ist nicht mehr abwesend. Der Gute. Habe ich das jetzt nicht richtig gesehen? Ne, Lucius, du bist ja noch aufgestiegen. Und Aripenius? Sag mal, bin ich jetzt? Ist jetzt egal. Lass uns das mal verteidigen, damit wir hier drüben gleich weiter einnehmen können. Ich will jetzt endlich Asia Mino unter Kontrolle. So. Dann werden wir mal den Kampf entscheiden. So, Überlebenschance ist hoch. Dann, ja, werden wir einfach mal dich wieder nehmen. Ja, feindliche Beteiligung. Schwaches Zentrum. Gefällt mir. Ja, Pilar werfen. So, Risiko für Zenturion ist ein bisschen erhöht. Na, Legionsmannstärke. Und dazu aber noch Legionsmoral. Bleiben stehen. So, Armeemoral sieht gut aus. Aber ich will. Wurden gänzlich vernichtet. Haben wir das also auch geschafft. So. Kriegt ihr eure Punkte. Wir freuen uns. Schlachtbelohnung. Wir kriegen ein bisschen Geld. Wir kriegen gewöhnliches Material. Wir haben Sklaven, die Nahe und Rationen erbeutet. Und hier drüben wird jetzt alles uns. Darf die Legion sich gleich nützlich machen hier oben. Das sind auch immer die gleichen Sachen, die hier zwischendrin aufploppen. Das ist ein bisschen nervig. So. Haben wir das hier zwischendrin. So. Wir legen die Legion wieder hier rüber. Sodass wir dann endlich mal die ganzen Sachen hier einnehmen können. Schaut jetzt wieder kurz. Leider Gottes können wir es auch nicht. Wir haben kein Wasser mehr. Die Praetorianer könnten sterben. Ja. Sie sich auch nicht kurz zwischendrin mal was zu trinken holen können. Das schafft sogar ich. So. Kurzer Break. Gruppenverwaltung. Fertigkeiten. So. Lucius Fabius. Dem müssen wir noch ein Pünktchen verteilen. Du kannst das ja schon. Ich werde jetzt hier noch zum Superheiler hochpushen. Und. Jetzt muss ich ja wirklich mal. Schauen. Ihn. Auf ihn habe ich jetzt echt. Keine Lust mehr. Sage ich ganz ehrlich. Ist ein Missgestimmt. Also das ist. Geht mir jetzt auf die Nerven. Jetzt muss man mal schauen. Was fehlt uns denn aktuell. Uns fehlt nichts. Wir haben alles. Aber wenn ich ganz ehrlich bin. Dann müssen wir hier wirklich gucken. Missgestimmt. Loyal. Numerius Belitius. Ja. Wieder ein Bogenschütze. Ein kräftiger Bogenschütze. Ja. Wir nehmen wir da. Also ich fand ihn ja schon gar nicht so schlecht. Aber. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Er ist ein bisschen zögerlich. Ich glaube wir nehmen dich. So. Machen wir hier ein bisschen Auffrischung. Können wir mal hier. Tausender können wir opfern. Sonst mal hier schauen. So. Berglager. Müssen wir auch wieder was befrieden. Das war wieder klar. Das hier müssen wir auch machen. Spekulatius Zelt. Verletzt ist uns keiner. Dabei können wir mal hier schauen. Dass wir hier vielleicht jemand anders nehmen. Nicht Bestia. Sondern vielleicht. Auch nicht. Ah. Hätten wir wirklich. Eigentlich müsste ich. Müsste ich echt mal schauen. Dass wir da vielleicht noch jemand anders hinkriegen. Wäre gar nicht so so blöd. Ich muss mal auf jeden Fall mal öfter mitnehmen. Und. Verbesserungen. Wir können uns ein Depot leisten. Erhöht die Stärke der Region bei der Eroberung. Neue Region um 10%. Verbessern. Oh ja. Das ist. Das nehmen wir sofort mit. So. Und ich packe mal jetzt einfach mal hier in die Kaserne mit rein. Dann holen wir uns hier mal den Auftrag ab. Das dürfte denke ich mal das Berglager sein. Oder je nachdem. Über was er mit uns sprechen möchte. So. Ja. Machen wir wieder. Kassenlose Aufbrüschung. Machen wir auch wieder. Gelb? Geht das? Und. Bauen müssen wir auch mal schauen. Wir haben ja wieder ein paar neue Sachen erforscht. Beziehungsweise. Gelernt. Die wir bauen können. Wir müssen mal ganz kurz schauen. Ob das. In irgendeiner Art und Weise. Uns gerade mal ein bisschen was weiterhilft. Weil. Das ist. Ja. Ist. Ein bisschen. Ja. Es ist. Ist ein bisschen schwacher. Gruscht. Helm eines. Pinzeps. Ja. Könnte mal bauen. Müssen wir aber nicht. Ansonsten hier nur das. Nicht was übersehen. Oder noch nicht entmarkiert. Na hier unten. Porax. Das war es dann aber auch. Müssen wir mal schauen. Dolch. Römerischer Stab. Ob wir hier vielleicht noch ein bisschen was bauen können. Das mache ich aber separat. Da muss man wirklich ein bisschen. Ein bisschen genauer prüfen. Was. Wie. Wo. Warum. Weshalb. Und wieso. Uns. Hier helfen könnte. Dürfte. Muss. Ja. Sucht euch aus. Ich bin auch ganz ehrlich. Ich weiß nicht so ganz. Das Spiel macht schon Spaß. Aber ich weiß nicht. Ob es mich dann wirklich über einen längeren Zeitraum. So. Flasht. Dass ich das. Auch. Weiter. Ja. Weiter haben möchte. Also. Wir müssen auf jeden Fall hier die. Den Teil hier befrieden. Dann gibt es den Jagdgrund. Wir kriegen noch eine Sägemühle. Ich weiß nicht. Ob. Der Steinbruch. Dann hier auch mit rein zählt. Noch ein Jagdgrund. Dann kriegen wir noch ein bisschen mehr zusammen. Religionsmission. Kriegen wir auch noch ein paar Sklaven. Also. Wir kriegen auf jeden Fall viel Nahrung. Bedeutet. Wir können Nahrung verkaufen. Gegen die Narbe. Wir haben wirklich genügend Rationen. Damit können wir dann unsere Truppe wieder ein bisschen auffrischen. Hier hinten hat es noch einen Bauernhof. Jetzt haben wir die Legionsmissionen. Aber das müsste dann eigentlich schon wieder hier zu Dorileion gehören. Zwischenzeitlich haben wir dann immer wieder diese Thematik. Dass wir angegriffen werden. Wir können dann diese Legionsmissionen immer wieder wiederholen. Und die kostet uns dann 10 Sklaven. Wir kriegen 250 bis 400 Belohnungen. Hier unten ist es so. Ist genau das gleiche. Den Jagdgrund hier können wir immer wieder machen. Genauso wie diese Legionsmissionen. Wo wir dann Sklaven kriegen. Also das ist. Ja. Also das ist eigentlich immer so ein bisschen Wiederholungsthema. Immer wieder von vorne. Hier oben ist genau das gleiche. Das hier können wir dann auch einnehmen. Und da bin ich so ein bisschen am überlegen. Da sind wir dann hier gefühlt eigentlich schon fast am Ende. Oder? Kann das sein? Also. Hier gibt es dann ja nicht mehr viel. Dann haben wir hier alles eingenommen. Und dann? Also. Ihr seht es ja. Die Karte. Da kommt nicht mehr viel. Die Frage ist. Die ich mir jetzt gerade stelle. Verlassen wir dann dieses Gebiet. Und setzen woanders über. Wenn wir Asia Mino eingeobert. Ja. Eingerobert. Eerobert haben. Gehen wir dann aus dem Raum hier Richtung Germanien? So. Richtung Germania. Ist eine verdammt gute Frage. Wir werden es auf jeden Fall sehen. In der nächsten Folge werden wir uns erstmal darum kümmern. Die Region hier zu befrieden. Von Nikaia. Damit wir den ganzen Teil hier auch noch einnehmen können. Werden dann weitermachen mit Dorileon. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Dann werden wir uns Nicomedia einheimsen. Und dann Heraklea. Und ja. Mal schauen, wo es uns dann hinführt. Dann hätten wir eigentlich aus meiner Sicht. ganz Asia Mino eingenommen. Dann bin ich wirklich gespannt, wie sich das Spiel dann weiterentwickeln wird. Ich sag, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann wie immer. Lasst gerne ein Abo oder ein Like da. Ich sollte das eher am Anfang sagen, weil wahrscheinlich die wenigsten von euch es bis hierhin geschafft haben. Wenn ja, ein herzliches Dankeschön fürs lange Aushalten. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn wir mit unserer Eroberung von Asia Mino weitermachen. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020